Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man den Flächeninhalt eines Kreises mit Radius R mithilfe eines Rasters abschätzen kann und das Ziel für dieses Video ist, dass wir uns gemeinsam an eine Formel für den Flächeninhalt eines Kreises mit Radius R herantasten. In den folgenden Bildern liegt jetzt immer derselbe Kreisausschnitt unter der Lupe. Links haben wir ein grobes Raster und die Quadrate für die Berechnung der Untersumme sind bereits markiert. Rechts ist das Raster verfeinert und nun der erste Arbeitsauftrag. Markiere die Quadrate, die wir in diesem feineren Raster zur Berechnung der Untersumme verwenden. Außerdem fülle dann noch bitte die Lücke hier im Text. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere kurz das Video und dann vergleichen wir die Ergebnisse. Also gut, ich habe jetzt in der Zwischenzeit ebenfalls hier die entsprechenden Quadrate markiert bzw. zumindest abgegrenzt und jetzt ist das Wichtige, was fällt uns dabei auf? Schauen wir uns zunächst dafür diesen Abschnitt hier an, in beiden Fällen, also dieses große Quadrat hier und hier. Was ist hier der große Unterschied? Hier fällt das komplett raus. Hier können wir das überhaupt nicht dazuzählen. Hier können wir quasi jetzt einen Teil davon dazunehmen zur Untersumme, weil wenn wir das hier verfeinern, dann gehört dieser Teil offensichtlich mit zur Untersumme. Das gleiche passiert übrigens hier und auch hier. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn wir den Raster verfeinern, dass unsere Untersumme größer wird, weil wir eben diese kleinen Quadrate hier dazugewinnen, die uns davor noch gefehlt haben. Das bedeutet, die Untersumme im feineren Raster ist größer als die Untersumme im groben Raster. Schauen wir uns jetzt noch an, was bei der Obersumme so passiert und nimm dir dafür kurz Zeit, um das zu erklären, also weshalb die Obersumme im verfeinerten Raster kleiner ist, als die Obersumme im gröberen Raster. Pausiere kurz das Video, mach dir ein paar Gedanken und dann sprechen wir noch kurz darüber. Na gut, auch hier ist der Trick, dass wir einfach zunächst einen kleinen Ausschnitt anschauen. Betrachten wir nun diesen Ausschnitt hier, dieses Quadrat. Das hier müssten wir bei diesem Raster vollständig zur Obersumme dazuzählen. Nur weil es hier ganz ein bisschen mit der Kreisfläche überlappt. Wenn wir jetzt aber den Raster verfeinern, stellen wir fest, dass wir nur noch ein Viertel davon dazuzählen müssen und drei Viertel davon fallen weg. Das heißt, durchs Verfeinern wird die Obersumme offensichtlich kleiner, weil Teile wegfallen können, aber nichts dazukommen kann. Also zusammenfassend können wir jetzt festhalten, durch das Verfeinern wird die Untersumme größer und die Obersumme kleiner. Das heißt, sie kommen sich gewissermaßen entgegen. Entscheidend ist nun, indem wir das Raster fein genug wählen, kommen wir dem exakten Flächeninhalt, der beträgt ja bekanntermaßen Pi mal r Quadrat, beliebig nahe. Es ist so, dass die Untersumme sich von unten immer besser annähert, die Obersumme von oben immer besser annähert. Sie kommen sich also entgegen und wenn der Abstand zwischen den beiden schon ganz, ganz klein ist, dann wissen wir, dass wir dem exakten Flächeninhalt schon ganz dicht auf den Fersen sind. Dazu aber später noch mehr.